AST KINFER SMASH! Wo ist... Heute gibt es gar keinen YouTuber? Ich glaube den gibt es ja, aber den... Der kommt bald, der ist noch nicht draußen. Den kannst du da runterladen, als DLC. Den nehme ich mal jetzt. Warte mal, wo Zelda gibt es? Zelda ist ja auch noch, habe ich völlig vergessen. Ja auch. Ich werde euch alle trainieren. Ich glaube er ist so der Stärkste. Ah, die Brücke! Oh, sehr schön. Sieht gut, das ist wie die Brücke von... Ich weiß ich jetzt nicht. Wie er ist Telekom-Märchen. Ich habe keine Power. Ja! Du musst noch ein bisschen trainieren hier. Oh! Wie kannst du das an... Ohoho! Nein, ziemlich useless. Was ist hier los? Oh mein Gott, was ist das denn? Wo bin ich eigentlich? Nein! Oh, ich habe das nicht richtig aufgenommen. Irgendwas schreist du so rum? Das ist meine! Oh mein Gott! Keine Ahnung was das ist! Werf einfach! Werf das! Nein! Nein! Ach, das sind die sind... Ah, ok. Ähm, bist du... Ich denke ich habe den Gehalter. Was, wieso bin ich raus? Ich dachte du wärst da! Ja, das ist ja auch! Was, der Superarmor! Was ist das denn? Was ist das denn? Das, wenn du ihn schlägst, reagiert, interessiert ihn das nicht. Also beim ersten Schlag. Hä? Was? Der Schuss geht auch nicht mehr so weich. Haha! Ausgewichen! Beste Wii Fit Trainer! Ich wär Wii Fit Trainer! Weil du willst gar nicht dich trainieren! Ey, was ist das denn für ein Superstar? Ariadne! Nein! Ich geh da auch noch rein! Oh ja, Baby! Nein! Jetzt war ich mal! Oh ja, du musst noch viel trainieren! Das habe ich aufgehoben! Nein! Weg mit Trainer! Ja! Ähm? Bam! Warum bin ich eigentlich? Warum bin ich? Warum bin ich raus? Genso, weg mit mir! Nicht mit mir! Ja! 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 Was wiffst du da?! Was? Alle voll durcheinander gehen, man sieht die Bock gar nicht. Bam, weg mit dir. Das einzige, was man klar sieht, ist eigentlich nur auf Pikachu's Donnerblitzer, den Bock. Oh, what the fuck. Oh, ich bin doch da. Moin. Ich wollte noch ein bisschen tanzen. Was habe ich da? Oh, was ist das? Keine Ahnung, gerade gesessen aber. Was ist das denn? Wieder so eine Sonne? Nee, mach sofort schade. Ey, mein Kampf ist ja richtig... Ah, jetzt bin ich wieder drin im Spiel. Ja, sehr schön. Raus mit... Ey! Kami, honey, haa! Ja, sehr schön, du hast abgekriegt. Da! Was ist das? Nein! Nein! Warum machst du so etwas? Ja, wo ist das? Du hast die Rüstung... Der hat seine Rüstung gewonnen, ja? Ja, weg! Ja, dann doch raus! Ey, schnapp die Wii Fit Trainer, der hat drei Leben! Oh mein Gott! Ich muss aber ein bisschen trainieren, Jungs! Da, ich hab ihn! Er ist tot! Das Ding verfolgt dich jetzt erstmal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das schon wieder für ein Teil? Sterbt! Da kann ich schon meine Technik abklauen und nicht abschießen! Sterb! Du musst noch ein bisschen mehr trainieren, glaube ich. Was tut's? Was tut's? Was tut's? Was tut's? Weg die Wii... Nein! Was ist das?! Hä? Ist der dumm oder was? Was macht der denn raus? Keine Ahnung! Ey, ich hab doch die nur geantwortet! Was hab ich denn? Nein! Was macht er da? Keine Ahnung, ich bin da! Ey, ich bin da! Mach mal live! Weg! Nein! Baa! What the fuck? Fünf? Was ist das? Ah, wenn du da irgendwelche Technik einsetzt, ist das einfach mal richtig viel. Keine Ahnung. Ah, ne, wenn die Zahlen zusammenkommen, passiert irgendetwas, abhängig von der Zahl. Boah! Ey, gewickt! Das ist weiß! Nein! Nein, das kann doch nicht. Nein, doch wieder! Warte mal! Raus mit dir! Was machst du hier? Das denn, Alter, los! Da! Kamehameha! Ja! Oh mein Gott! Raus hier! Raus hier! Raus da! Ey, ich hasse diese kleinen Charaktere, ey! Okay. Ey, what the fuck! Was? Ich hab keine Ahnung, das musst du auch irgendwas bringen. Ja! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Nein! Was war das? Wir müssen jetzt alle sterben! Wir müssen jetzt alle sterben! Wir müssen jetzt alle sterben! Ja, sehr schön! Nein! Hey! Wir müssen jetzt alle sterben! Oh, shit! Falsch! Warum? Wie lange ist da noch so ein Teil? Trottel! Nein! Was? Wie schlägt das? Allein schon Trottel! Ich war mir so sicher. Er setzt nur die Technik an und so. Oh! Was war das denn? Ich hab keine Ahnung! Oh, toll! Gut! Das Ding fliegt gar nicht mehr so weit! Hier! Oh, Alter! Was war das denn? Das ist doch wie ein Blitz geklogen! Das ist so gut, wenn du auf wen machst, ne? Äh! Nein! Du hast doch gesehen, wie das Maximum war! Ja! Du konntest ja vorher durch die ganze Level kießen, ne? Äh! Komm! Wieder neue Tode! Hoffentlich! Sieben Leute! Also der Fitnesstrainer ist nicht so fern! Scheiße, du Merde! Ich bin da!